Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Recyclinghof. Wir spielen heute nochmal eine gemütliche Runde. Wahrscheinlich wird diese Folge aber erstmal die letzte Folge von diesem Spiel werden. Weil wir haben ja eigentlich soweit alles gesehen. Unser Recyclinghof ist komplett ausgebaut. Also wir haben hier alles eigentlich perfekt. Ja, es läuft super. Wir haben schon einiges an Müll zur Müllverwertungsanlage gebracht. Wir waren schon tanken gewesen. Und somit haben wir eigentlich alles gesehen, was aktuell hier in dem Spiel zu sehen ist. Genau und ja, ich weiß halt leider auch nicht, ob nochmal Content-Updates rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob noch weitere DLCs rauskommen. Ich weiß nicht, ob allgemein nochmal Updates für das Spiel rauskommen. Und solange halt kein weiteres Update rauskommt, würde ich gerne dieses Projekt dann einfach pausieren. Und den Mittwochslot für andere Spiele nutzen. Genau, so ist der aktuelle Plan auf jeden Fall. Wir genießen also heute einfach nochmal diese Folge. Und es geht ja auch hier schon wunderbar wieder los. Ja, Spiel gestartet. Direkt kam ein Gewerbekunde angefahren. Also genießen wir einfach nochmal die Zeit. Entsorgen noch ein bisschen Müll. Fahren nochmal ein bisschen was zur Müllverwertungsanlage. Und dann, wie gesagt, erstmal Pause bei diesem Projekt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles besprochen, was ich am Anfang ansprechen wollte. Und somit können wir hier loslegen. Gewerbekunde hier, so wie es aussieht auf den Erstblick, würde ich sagen, ist das alles Sperrmüll. Also schmeißen wir das alles einfach mal hier in die Presse rein. Und wenn es gut läuft, können wir ja dann vielleicht noch hier die Presse nochmal entleeren fahren. Mit der gab es ja leider vor ein paar Folgen noch ein paar Probleme. Das wurde aber mittlerweile alles gepatcht, soweit ich weiß. Und somit sollten wir da keinerlei Probleme mehr haben. Sollten hier noch größere Sperrmüll-Sachen dabei sein, haben wir ja hinten, glaube ich, auch mittlerweile eine Walzenpresse stehen. Oder beziehungsweise genau hier so eine Walze stehen. Da können wir Sperrmüll mit klein machen. Und wir hatten ja hinten auch nochmal so eine Walze hingebaut, genau für Altholz. Muss ich gerade erstmal nochmal nachschauen. Ist ja schon wieder eine Woche her, wo die letzte Folge kam. Da kann man auch mal die eine oder andere Sache ein bisschen vergessen. So, Sessel, ich glaube, den kriegen wir aber hier noch rein. Und da würde ich schon mal das Erste mal einschalten, bevor wir hier Probleme kriegen mit der Presse. So, da nehme ich mir direkt mal die nächste Sache schon mal in die Hand. Geht das hier schon wieder auf, können wir schon mal direkt wieder reinschmeißen. Und, ja, das scheint doch wunderbar geklappt zu haben. Dann machen wir hier gerade mal weiter. Kissenweitwurf, jawohl, da haben wir nochmal ein Kissen. Auch getroffen, wunderbar. Nochmal ein Kissen. Jawohl, heute, heute habe ich Zielwasser getrunken, so wie es aussieht. Also, heute treffe ich. Auch nicht schlecht. Jawohl. Oh, eine E-Gitarre. Haben wir Platz im Shop? Ich glaube ja, ein Platz müsste frei sein mindestens. Dann gehen wir doch gerade einfach hier mal prüfen. Beziehungsweise, die brauche ich anscheinend gar nicht prüfen. Auf jeden Fall wurde kein Licht angezeigt. Vielleicht muss man die auch einfach entsorgen. Nö, kann ich ohne prüfen verkaufen. Ah, die wird bestimmt gekauft. Die wird bestimmt gekauft. So eine E-Gitarre ist schon was Feines. Ich hatte ja auch eine. Leider ist die abgesoffen, als unsere Boot unter Wasser stand. War aber auch nur eine günstige. Ah, kein Platz mehr. Schade. Schade. Würde ich mir jetzt gerne einfach aufheben und irgendwann später verkaufen. Aber geht halt leider nicht. Ja, wie gesagt, meine hat schwimmen gelernt. Die E-Gitarre und der Verstärker haben beide schwimmen gelernt. Oh. Wäre das hier jetzt beinahe zum Altpapier reingeflogen. Hatte aber beim Sperrmüll schon gezählt. Also wäre nicht so schlimm gewesen. So. Gut, das ist jetzt mehr so Kleinkrams, dass wir da alles reinschmeißen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt direkt wieder lospressen. Der Wurf war nix. So. Hier so einen Tisch nochmal. Den hatten wir eben gerade auch schon mal. Hier haben wir noch so einen Plastiktisch. Ich glaube, die kennt irgendwie auch jeder, diese runden Plastiktische. So, nochmal eine Tasche. So, aber gleich müsste man vielleicht nochmal die Presse anschmeißen. Bevor das dann doch wieder zum Problem hier wird. Weil es ja erstmal hochfahren muss und dann erst die andere Presse beginnt. Genau. Aber das klingt ordentlich, wenn ihr hier klein macht. Das klingt wirklich, als würde da sehr, sehr, sehr viel zerbrechen. Nicht so wie bei der anderen Presse. Der wir leider in der letzten Folge, glaube ich, war es ein bisschen Probleme hatten, weil die ein bisschen voll war. Obwohl sie eigentlich noch gar nicht voll war. Oh, eine Dartscheibe. Auch schon wieder drei Tage nicht gespielt. Aber unsere Dartscheibe, leider, die im Wintergarten hängt, die muss auch bald mal aussortiert werden. Die ist irgendwie... Wir haben die ja das ganze Jahr über im Wintergarten hängen. Und ja, natürlich ist da drinne stellenweise richtig warm. Ja, die Sonnen strahlen natürlich. Ich meine, klar, durch die Scheiben wird das alles ein bisschen gefiltert. Aber trotzdem ist es nicht so gesund fürs Plastik. Und es ist mittlerweile ein bisschen ausgeglichen. Ist auch ein bisschen spröde. Das heißt, da ist schon ziemlich viel kaputt gebrochen. Dass die Pfeile halt nicht mehr so hundertprozentig halten. Und dann fallen die Pfeile runter. Ja, und dann gehen die Pfeile kaputt und so weiter und so fort. Ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen wird es da bald auch mal Zeit für eine neue Dartscheibe. Aber es war halt auch nur so eine ganz günstige. Ist auch nicht so extrem schade drum. Aber natürlich wäre es schöner, wenn die auch ein bisschen länger halten würde. Aber kann man der Dartscheibe nicht vorwerfen, dass sie nicht gut gehalten hat. Weil wenn die ein, zwei Jahre halt im Wintergarten hängen, das sind extreme Bedingungen. Ja, die hält nicht jeder aus, außer eine Katze. Ja, unsere Katze liegt jetzt schon wieder... Heute scheint mal ausnahmsweise die Sonne. Wir haben heute Aufnahmetag. Ist der vierte, sechste. Und es scheint ausnahmsweise mal die Sonne nach den ganzen grauen Tagen. Und nach dem vielen Regen. Und natürlich die Katze direkt wieder im Wintergarten gelegt. Ja, und liegt da jetzt schon wieder seit drei, vier, fünf Stunden einfach in der Sonne. Beziehungsweise legt sich ab und zu mal in Schatten. Aber die schmort da einfach im Warm. Die genießt es richtig. Weiß nicht, was mit der los ist. Aber Katzen haben ja allgemein eine höhere Körpertemperatur. Die mögen es einfach auch ein bisschen wärmer. Und unsere Katze, die liebt, ist komplett warm. Also das ist komplett bekloppt. Also wenn ich da so eine halbe Stunde im Wintergarten bin, dann kriege ich Kopfweh und will da wieder raus. Und die Katze einfach so, ja, nö, ich liege jetzt hier erstmal für vier, fünf Stunden. Naja, Katze halt. Damals, als ich noch allein gewohnt habe, war der Wintergarten immer die reinste Hölle. Ja, ich habe morgens immer, wenn ich auf die Arbeit gefahren bin, quasi die Türen zugemacht. Hatte ja auch keine Katze oder so. Konnte ich einfach die Türen auch zumachen, ohne dass die Katze randaliert hat. Ähm, sorry, wir müssen gerade mal pressen. Und da war im Wintergarten immer die Tür zu, damit die ganze Wärme nicht, während ich halt auf der Arbeit bin, in die komplette Wohnung reinzieht. Und ich habe einmal getestet mit einem Thermometer, wie warm es im Wintergarten wird, wenn da die Tür zu ist und Fenster alle zu sind und so weiter. Und das Thermometer ist dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, bei 65, 70, 75 Grad oder sowas in dem Dreh, ist das einfach dann ausgegangen. Also man kann da drinnen, glaube ich, ohne Probleme irgendwie, ähm, Frikadellen braten oder so. Durch, durchbacken, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn die Türen zu sind und die Fenster zu sind, das ist schon echt heftig. Wir haben zwar auch eine Markise dran, aber das ist zu gefährlich. Die ist halt außerhalb vom Wintergarten. Das heißt, die ist, ähm, wetteranfällig. Wir haben es ja auch ein Windmesser quasi da, der automatisch dann die Markise zurückfährt, wenn es zu windig ist. Wir haben einen Regensensor, der erkennt, wenn es regnet, dass die Markise auch einfährt und so weiter und so fort. Das Problem ist halt nur, dass diese, dieser Sensor halt nur alle 15 Minuten ungefähr mal abfragt, ob die Sonne scheint. Der fragt nur alle 15 Minuten mal ab, ob es windig ist gerade. Ähm, ob es regnet, wird nur alle 15 Minuten ungefähr mal so abgescannt. Also so vom Zeitgefühl der 10-15 Minuten ungefähr tut er nur immer prüfen, wie jetzt gerade wirklich das Wetter ist. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn gerade mal so eine Windböe kommt, kann es schon sein, dass dir die Markise zerreißt. Ja, dass da schon irgendwelche Schäden auftreten. Oder wenn es regnet, ähm, die Markise komplett durchgeweicht ist und dann, ähm, einfährt, kann es sein, dass die irgendwie anfängt zu gammeln. Ja, oder, oder, oder. Ja, und es ist ja nicht gerade günstig, dann sowas reparieren zu lassen. So, mit der Presse, das klappt alles. Ich hoffe, es ist nichts runtergefallen. Also können wir hier die Kundin abfertigen. Sehr schön. Ja, oder wenn man gerade an Unwetter denkt. Oha, da haben wir einiges zusammengebüllt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der nächste Gewerbekunde kommt, weil wir hatten ja in der letzten Folge schon nur noch Gewerbekunden. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ähm, genau. Man kennt es ja so auch von Unwettern oder so. Wenn die aufziehen, dann hast du meistens erstmal ein bisschen Windstill. Dann zieht vielleicht mal so langsam ein laues Lüftchen auf. Manchmal auch nicht. Und dann ist einfach so schlagartig eine Windfront da. Und wenn man da halt nicht zu Hause ist und dieser Windsensor dann zu spät reagiert, dann hat es halt ja schon die Markise wieder zerrissen. Ist nicht so optimal, dieses System, was da ist. Naja. Deswegen war das da auch nicht möglich, das irgendwie zu aktivieren, wenn ich auf die Arbeit fahre. Und dann musste ich das auch immer auslassen, die Markise. Die musste halt immer dann eingefahren bleiben. Okay, es kommt ausnahmsweise mal kein Gewerbekunde. Und dann war halt immer eine Mordshitze da drin. Wie gesagt, bei 65 bis 75 Grad irgend sowas in dem Dreh ist dann... Das war Elektrogerät, okay. Ist das Thermometer ausgegangen. Also da ist schon wirklich eine Affenhitze drin. Ja, ich meine jetzt, wo ich zu Hause bin und hier halt... Jetzt habe ich die Lampe im Gedanken da reingeschmissen. Naja, egal. Sperrmüll. Passt schon. Genau, Tasche müsste aber Sperrmüll sein. Ja, da ist meistens die Wintergartentür auf. Ja, wenn ich zu Hause bin oder ein Fenster ist offen und so weiter und so fort, dann ist das im Winter, äh, im Sommer nicht ganz so schlimm. Es ist zwar trotzdem eine Mordshitze da drin. Aber ich denke mal, da sind so 30, 35 Grad drin oder so, wenn man alles offen hat. Da fühlt sich die Katze noch einigermaßen wohl. So, Pappschachtel. Sollte mich vielleicht auch mal aufs Spiel wieder so ein bisschen konzentrieren. Hier haben wir eine Hose. Die kommt da hinten rein. Vielleicht aber nicht werfen. Sondern einfach vielleicht hier... Ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ja, ich habe davor wieder andere Spiele gespielt und deswegen bin ich mit den Tasten jetzt wieder gerade ein bisschen durcheinander. Jetzt lasse ich mir... Ich will als mit E jetzt die Sachen aufnehmen. Jetzt ist es vorbei. So, Bauschutt. Weg damit. Dann haben wir den Hänger leer und dann haben wir hier noch ein paar Sachen drin. Ein Computermonitor. Elektrogerät. Weg damit. Und ein Computer. Weg damit. Gut. Ah, da haben wir noch was rumfliegen. Eine Maus. Hätte ich jetzt ohne die Hilfe gar nicht gesehen. Aber zum Glück gibt es ja die Hilfe. So, jetzt haben wir aber wirklich alles. Müssen wir hier irgendwas berechnen? Ich glaube nicht. Gebühr unterschlagen. Ah, Betontrümmer. Ja, okay. Ja, okay. Der Kunde hat Glück gehabt. Aber wir sind eh nicht aufs Geld drauf angewiesen hier im Spiel. Also ich kann es den Kunden auch mal ein bisschen angenehmer gestalten. Presscontainer ist fast voll. Schauen wir doch gerade mal welcher. Das kann eigentlich nur hier der Sperrmüll sein, dass der schon voll ist. Wir schauen gerade einfach mal nach. Woanders haben wir ja eigentlich nichts reingeschmissen. Aber es kam jetzt gar nicht so viel vor. Also es war jetzt klar, der eine Gewerbekunde. Aber so viel war da glaube ich vorher auch nicht drin, oder? Naja, wir schauen gerade einfach mal nach. Dauert halt wieder ein bisschen, weil das Spiel jetzt wieder speichert. So, Verwaltung. Presscontainer, Shark, Sperrmüll ist 100% voll. Gut, dann würde ich sagen, pressen wir das hier noch zusammen. Und dann leeren wir den. Wertstoffsack. Leichtverpackung. Und was haben wir hier noch? Mikrowellenherd. War Haushaltsgerät. Genau, das ist hier hinten. Hier ist dreckig. Machen wir gerade mal sauber. Und was haben wir hier noch? Ein Tierpräparat. Tierpräparat war Altholz, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. So, dann ist der Kunde hier auch fertig. Hat auch noch was gekauft. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir los und leeren die Presse. Da brauchen wir hier das Gefährt. Steigen wir ein. Presscontainer, Shark, Sperrmüll. Genau, muss ich gerade nochmal gucken, wie hier die Steuerung funktioniert hat. Alles klar. Oh, wir müssen auch bald tanken. Könnten wir vielleicht auf der Rückfahrt mal machen. Laden wir auf. Dann haben wir den so weit wie möglich aufgeladen. Er wappelt immer noch so ein bisschen rum während der Fahrt. Sieht nur nicht so hundertprozentig perfekt aus. Hauptsache es funktioniert. Er wappelt ein bisschen arg durch die Gegend. Da gehen wir jetzt schon tanken. Komm, wir gehen jetzt schon tanken. Wir gehen jetzt schon tanken. Bevor ich es weg esse. Oder der Sprit noch leer geht. So, wie war das nochmal mit dem Tanken? Kraftstoff auftanken. Ja. So, weiter geht's. So, machen wir hier nochmal ein paar Fotos während der Fahrt. Ist aber schön, wenn man während der Fahrt nach hinten schaut. Aber da sehen die Fotos nochmal am interessantesten aus. So, hier sind wir richtig. Und mal schauen, wie viel Gewicht wir jetzt hier haben. Leergewicht normalerweise vom LKW 8900. Leergewicht Container 6600. Und Ladungsgewicht 25.375. Ja, gut. Das ist einiges. So, Sperrmüll haben wir hier. Direkt mal zwei Stellen, wo wir abladen können. Jawohl, fällt direkt. Ähm. Ja, gut. Wir sind gerade, weil ich hinten dran gestoßen bin, wieder ein Stück nach vorne gerollt. Und es hat schon gezählt. Jetzt hängen da die ganzen Produkte. Normal hätten wir jetzt ganz schön sehen können, wie die Produkte runterrutschen. Oder die ganzen Müllsachen runterrutschen. Hier die Rampe. Ah, das ist ärgerlich. Ja, ich bin da hinten dran geknallt. Wollte gerade noch mal ein bisschen Gas geben, damit ich abbremse. Beziehungsweise wollte ich so ein bisschen abbremsen. Dann sind wir ein Stück nach vorne gefahren. Entladen beendet. Und jetzt schwebt da alles rum. Och, schade. Jetzt wollte ich hier gerade mal sehen, wie da alles runterpurzelt. Ich habe aber auch ein Glück bei Spielen. Das ist echt nicht mehr normal. Wie die Presse da hin und her wappelt, das sieht auch echt noch nicht schön aus. Bei den anderen Containern, da geht das. Da wackelt nichts hin und her. Aber bei der Presse hier gibt es immer noch Probleme anscheinend. Na ja. Gucken wir mal, ob der nächste Kunde da ist. Ich hätte jetzt nochmal gerne einen Gewerbekunde und nochmal Sperrmüll. Okay, ist kein Gewerbekunde. Schade. Ähm. Habt ihr gerade gesehen, was mit der Presse passiert ist? Oh Gott. Das sah auch wieder schön aus. Was haben wir denn hier schön aus? Einen Herd. Wir prüfen den mal. Kling, 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 kling. Stellen wir den gerade gleich hin. Ja, da haben wir jetzt einfach eine kleine Variante und eine größere Variante hier zur Verfügung. Ist doch auch gut. So, Tisch. Rein damit. Rein damit. Das wäre auch wieder Altholz. Könnte man auch Sperrmüll normalerweise reinschmeißen. Vollkommen egal. Plastikbehälter ist hier Leichtverpackung. Und hier haben wir nochmal einen Wertstoffsack. Ist auch Leichtverpackung. Nochmal Leichtverpackung. Hohlbaustein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch Gebühren berechnen. Der hat nicht gezählt. Jetzt hat er gezählt. Nochmal hier einen Tisch. Schmeißen wir uns gerade mal da rein. Dann hat er nichts mehr dabei. Dann Gebühren berechnen. Und abfertigen. Perfekt. Nächster Kunde bitte. So, da kommt der Nächste. Hänger mit dabei. Sehr schön. Und ich glaube, ich sehe da ein paar Plastikfässer. Das wäre wieder was für den Sperrmüll. Oder? Ja. Sieht auf den ersten Blick so aus. Jawohl. Wir haben auch wieder einen alten Röhrenbildschirm. Na gut, ich glaube, den entsorgen wir mal. Weiß nicht. Vielleicht gibt es ja da auch Sammler für so alte Computer- oder Röhrenbildschirme. Weg mit dem Drucker. Drucker sind ja sowieso, ich sage es ja immer wieder. Drucker kommen direkt, glaube ich, aus der Hölle. Drucker kommen direkt aus der Hölle. Geil, dass es Drucker gibt, aber die sind ja stellenweise so schwierig. Oder nervig manchmal. Sagen wir es lieber mal so. Aber an sich Drucker schon eine krasse Technik eigentlich. Aber es ist halt wirklich stellenweise ein bisschen nervig. Ich finde auch, Farbpatronen für so einen Drucker, wo 8 Milliliter drin sind, wo du einfach mal 50 Euro für dalassen musst, ist einfach auch eine harte Nummer, muss man einfach mal sagen. Naja. Wenn du halt bedenkst, dass du Drucker stellenweise für den Preis bekommst und für die Farben bezahlst du stellenweise 50, 60, 70, 80 aufwärts. Ja, das ist heftig. So. Hier sind wir fertig. Ja, früher konntest du ja auch öfters mal so günstigere Farbpatronen kaufen. Ja, das hat dann noch funktioniert. Da war noch kein Chip irgendwie auf den Patronen drauf. Da war das kein Problem. Und dann irgendwann ging das los. Also ich rede jetzt von ganz früher. Da war kein Chip da irgendwie dran, der geprüft hat, ob das irgendwie originale Farbpatronen sind oder nicht. Irgendwann ging das dann los, dass die einen Chip drauf hatten. Dann wurde immer geprüft, ist das original, ist das nicht original. Ja, und dann konntest du irgendwann diese nicht originalen nicht mehr wirklich verwenden. Oder beziehungsweise mussten dann diese nicht originalen Farbpatronenhersteller irgendwie sich Lizenzen erwerben. Wenn du da jetzt beziehungsweise einige von gekauft hattest, weil die so günstig waren, hattest die auf Vorrat. Und dann wurde plötzlich da irgendwie das nicht mehr erlaubt, dass die Patronen benutzt werden dürfen. Dann gab es ein Update für den Drucker und zack, bumm, hat er die nicht mehr verwendet, die Patronen und so weiter und so fort. War stellenweise mal wirklich sehr, sehr ärgerlich. Okay, die Tasche war anscheinend zu klein, das war dann also Hausmüll. Ja, manchmal ist es Spermüll, manchmal Hausmüll kommt immer auf die Größe drauf an. Boah, Kickertisch, habe ich Platz? Ah, ich habe leider keinen Platz für den Kickertisch. Den würde ich aber so gerne eigentlich loswerden. Naja, gut. Kommt er halt auf den Müll. So, Tisch, der ist ziemlich groß. Ich glaube, den schmeißen wir hinten rein. Schmeißen wir hier mal rein, Sperrmüll. Den kriege ich hier, glaube ich, in die Presse nicht wirklich rein. So, Wäschemangel war Haushaltsgerät. Kommt also hier rein. Und hier haben wir nochmal einen Müllsack. Ist hier Hausmüll. Genau, dann haben wir alles soweit. Dann Gebühren berechnen, Kunden wegschicken. Er hat irgendwas gekauft. Ach, den komischen, hässlichen Tisch oder was auch immer das war. Ich habe es gerade nur ganz schlecht gesehen, aber ja, es war nichts Besonderes. Der arme Kicker. Ich glaube, den hat es aber komplett despawned eben. Ja. Schade. Hätte ich den lieber hinten reingeschmissen. Also große Sachen am besten bei der Walze reinschmeißen und nicht hier bei der Presse. So. Der nächste Kunde bitte. Ich gucke gerade nochmal, ob wir irgendwas noch sauber machen können. Ist noch irgendwas dreckig geworden in letzter Zeit? Ich glaube nicht. LKWs. Ich weiß nicht, ob die dreckig werden können. Glasflaschen. Haben wir da noch welche drin? Ja, da liegt tatsächlich noch ein bisschen Glas drin, aber das würde dauern, bis wir da alles voll haben. Was haben wir hier schönes? Baumschnitt. Grüner Pfall. Ein paar Reifen. Ich glaube, der Reifen ist runtergefallen, oder? Ja. Oh. Ist auch gut voll. Gut, müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir das Zeug hier mal ein bisschen verteilen, mal ein bisschen hier hinten hinschmeißen, so gut wie möglich. Alles, was hier jetzt neu reinfällt. Sonst kriegen wir ja nicht mehr ganz so viel unter. Ups, ist ja so schon ein bisschen was daneben gefallen. Aber es hat sich anscheinend aufgelöst. Na dann. Hier haben wir nochmal Baumschnitt. Grüner Pfall füllt sich auch so langsam. Hier haben wir nochmal Haushaltsgeräte, einen Kühlschrank. Genau, der ist umgekippt. Sehr schön. Noch ein bisschen mehr Platz. Oh, ein Dreirad. Ist wahrscheinlich aber Sperrmüll, oder? Ist das Metall? Weil ist ja viel Metall dran. Sperrmüll. Okay. Keyboard, Elektrogeräte. Weg damit. Die haben wir noch. Eine Werkbank. Okay. Wertstoffsack. Kommt also zur Leichtverpackung. Hier haben wir nochmal einen Reifen. Alles klar. So, viel Spaß. Dann haben wir hier alles leer. Gebühren berechnen. Abfertigen. Fertig. Jetzt war ich fast wieder zu schnell, weil der Reifen war noch gar nicht oben angekommen. Hier beim Schredder. Aber hat noch irgendwie gepasst. So. Hier oben auch alles gut. Da sieht es auch gut aus. So. Warten wir nochmal auf den nächsten Kunden. Ich würde sagen, so ein, zwei Kunden machen wir noch. Und dann würde ich den Müll noch wegfahren. Oder falls hier irgendwas noch voll ist, wegfahren. Aber ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr so unbedingt voll. Das war ja alles ziemlich leer. Ja, Sperrmüll habe ich jetzt einen Tisch reingeschmissen. Wir könnten hier den Bauschutt theoretisch noch entsorgen dann. Mal leer machen. Beim Rest ist ja überall noch nicht so extrem viel drin. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so extrem wenig Biomüll gibt. Ja, da haben wir jetzt extra eine kleine Presse für uns. Aber wirklich nutzen. Nö. Das ist schon krass, wenn wir mal einen Kaffeefilter irgendwie reinbekommen. Medizinischer Tisch würde ich jetzt hier zum Metallschrott reinschmeißen. Metallschrott ist ja auch leer. Hatten wir auch erst geleert. Dann ist hier hinten alles weg. Ein Eimer. Das ist ein Metalleimer. Deswegen mal Metallschrott. Und das ist alles hier Sperrmüll wieder. So, so. Pappschachtel. Sack hat kurz aus irgendwie wie so ein Metallkanister oder sowas in der Art. Aber nee. War Pappe. Tischlampe ist Elektrogerät. Flachbildschirm. Ja, ist eindeutig kaputt. Brauche ich nicht mehr prüfen. Kann man direkt entsorgen. Dann haben wir hier noch zwei Sachen drin. Ein Gitarrenverstärker. Wahrscheinlich auch Elektrogeräte. Genau. Und hier haben wir noch einen Tisch. So. Dann müsste der Kunde auch fertig sein. Beziehungsweise müsste hier alles ausgeleert sein. Berechnen wir mal Gebühren. Er hat noch irgendwas mitgenommen. Keine Ahnung was. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld verdient. Auch wenn wir es nicht unbedingt mehr bräuchten. So. Warten wir noch auf die nächsten Kunden. Hier haben wir geradeaus rausgetappt. Warten wir auf die nächsten Kunden, wenn hier zusammengepresst wird. Ja, schön. Aber mit der Presse, die arbeitet eigentlich ganz gut. Die ist nur beim Abtransport immer ein bisschen schwierig. Weil die so hin und her wappelt. Oder abhebt. Als wir reingefahren sind, ist die ja schön abgehoben, die Presse hinten auf dem LKW. Da steht schon der nächste Kunde. Ich sehe es. Der muss nur mal losfahren. So, damit wir wenigstens etwas im Biomüll haben, stelle ich mich hier gerade mal rein. Und dann erschrecken wir gleich den Kunden. Buh. Oh Mann. Ach ja. So, man muss hier die Wartezeit irgendwie rumkriegen. So, Sondermüll. Hat noch gezählt. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall ein paar Farbreste auch noch, beziehungsweise einmal mit Farbresten drinnen. Metallschrott haben wir hier. Dann haben wir hier nochmal Metallschrott, nochmal einen Heizkörper. Nochmal einen. Und hier haben wir nochmal einmal mit Farbresten. Dauert immer ein bisschen, bis das da hinten zählt, aber zum Glück zählt. Wir gucken gerade mal, ob der Flachbildschirm hier noch funktioniert. Wir haben ja Sachen verkauft. Würde noch funktionieren. Würde noch funktionieren. Ups. Soll ich natürlich auch dann hier positionieren? Hab ich es auch mitgetan. Und dann... Äh... Hatten wir da jetzt noch Platz oder nicht? Komm, wir prüfen mal den Computer. Falls Platz ist, schmeißen wir den auch noch mit hin. Ich glaube, wir müssten ja noch einen Platz haben. Genau. So, jetzt haben wir aber alles wieder voll. Und noch ein weiterer Eimer. Und noch einer. Müssen wir halt gerade mal ein bisschen laufen. Ist halt ganz hier hinten. Müllsack, Müllsack, Müllsack. Ups. Jetzt habe ich den Heizkörper erwischt. Also ich würde dann noch gerne den Bauschutt wegfahren. Das würde ich auf jeden Fall noch gerne machen. Das ist kein Grünabfall. Das ist hier Metallschrott. Eine Computer-Maus. Die entsorgen wir gerade mal. So. Dann haben wir hier Pappe, Pappe, Pappe. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große Fan von diesen Wegen. Also wir hätten ja hier diesen Wagen. Da könnten wir einiges reinschmeißen. Wir haben eine Schubkarre. Könnten wir einiges reinschmeißen. Und durch die Gegend transportieren. Aber ich finde, man ist immer noch schneller, wenn man einfach hier durch die Gegend rennt. Und ich habe ja sogar die Geschwindigkeit fürs Rennen reduziert. Man ist ja normalerweise noch schneller unterwegs. Kann man einstellen. Das hatte ich schon runtergeschraubt. Also man ist, wenn man hier wirklich dann durch die Gegend rennt, eigentlich ultra schnell unterwegs. Da braucht man eigentlich keinen Wagen. Bis man den Wagen beladen hat und ausgeladen hat, bis hier schon zehnmal hin und her gerannt. Finde ich so angenehmer. Aber man könnte theoretisch, wenn man langsam spielen möchte, kann man auch natürlich die Wegen nehmen. So, Glasflasche. Hier haben wir das Altglas. Ich finde, mit dem Container klappt das auch wirklich viel besser, als mit dem Altglas-Container. Hast du schön große Öffnungen. Brauchst du nicht rumkämpfen mit. Die Flaschen zerbrechen nicht beim Reinwerfen. Außer man dotzt die Flasche vielleicht irgendwo hart an. Aber das passiert hier halt einfach weniger. Hä? Ah, die liegen im Anhänger drinne. Kann es sein, dass wir deswegen auch damals öfters mal das Problem hatten, dass Glasflaschen nicht gezählt haben? Wenn die im Hänger drinne liegen, habe ich gerade Container gesagt, im Anhänger drinne liegen, und ich die nicht sehen konnte ohne die Hilfe, dann kein Wunder, dass ich die übersehen habe. Na ja. So, also Hänger ist leer. Und noch eine Papiertüte. Eine Holzkiste, die könnte man hier einfach mal reinschmeißen. So, dann haben wir hier noch Metallschrott. Aktenordner, den können wir komplett so reinschmeißen, zum Zerschreddern. Den Stuhl schmeißen wir auch hier zum Sperrmüll rein. Ich glaube, wir müssen gleich die Presse wieder anschmeißen. Tasche würde ich jetzt auch mal hier rein. Und hier haben wir noch einen Heizkörper. Und was haben wir hier noch schönes? So einen Eimer. Kann es sein, dass wir sogar noch Biomüll da drinne haben? Einen Apfel! Einen verfaulten Apfel. Krass, ich glaube, wir müssen gleich mal die Presse anschmeißen. Ha, ein bisschen frustrierend mit dem Biomüll. Ich glaube, wir haben aber da noch eine Biomülltüte dabei. Das ist schon ultra krass. Dann haben wir zwei Sachen hier in der Biomüllpresse drinne. Küchenabfälle. Krass! Gleich mal anschmeißen. Gut, dann haben wir hier nichts weiteres. Dann Gebühren bezahlen. Abfertigen. Und dann würde ich sagen, laden wir den Bauschutt noch auf. Muss ich sonst noch irgendeine Presse anschmeißen? Ja, die schmeißen wir noch an. Hier, die schmeißen wir noch mal an. Dass das Zeug nicht verloren geht. Hier müssen wir noch sauber machen. Äh, hier müssen wir sauber machen. Schmeißen wir auch gerade an. Hausmüll schmeißen wir auch an. Jetzt wird hier gerade überall fleißig zusammengepresst. Altholz brauchen wir nicht mehr anschmeißen. Genau, Bauschutt. Interagieren nehmen wir hier. Wo haben wir es? Mulde flach. Bauschutt. Nächster Kunde wäre auch da, aber... Joa. Der muss jetzt warten. Beziehungsweise... Der hat Pech. Der ist jetzt auch noch nicht so hundertprozentig voll, aber so haben wir wenigstens mal ein bisschen was weggebracht. So, wir könnten auch hier wieder ein bisschen... Ah ne, das ist schon das Maximale, was man mit dem Container hier nach vorne kann. Okay. Alles klar. Vielleicht kriegen wir auch hier so nochmal ein Foto hin, während der Fahrt. Vielleicht mal so. Vielleicht mal so. Okay. Bilder sind gemacht. Bin mal gespannt, wie schwer der Bauschutt jetzt ist. Obacht. War ein bisschen knapp. So, da vorne jetzt noch die Einfahrt wieder reinfahren, wiegen lassen. Der spannende Moment. Was haben wir denn hier? Ladungsgewicht 1140. Hätte ich jetzt fast mit mehr gerechnet, weil wir haben doch ordentliche Betontrümmer hier mit am Start. Aber es geht gerade noch so. Also, okay. So, Bauschutt hatten wir hier hinten. Genau. Bauschutt hatten wir hier. Zweimal. So, so weit wie möglich mal nach hinten fahren, dann heben wir wieder an und fahren ein bisschen vorwärts, damit das Zeug alles runterrutscht. Perfekt. Das hat jetzt gut geklappt. Sehr schön. Na dann, würde ich sagen, fahren wir gerade nochmal zurück zu unserem Hof. Und dann, wie gesagt, falls nochmal ein Update rauskommen sollte mit neuem Content oder mit gravierenden Fehlerbehebungen oder dass die Shark-Presse noch besser funktioniert und so weiter und so fort, dann schauen wir bei dem Spiel nochmal rein. Ansonsten erstmal Pause von dem Titel. Ja, dann gucken wir einfach mal, was wir mit was sonst noch so spielen. Falls natürlich auch ein DLC oder so kommen sollte nochmal für das Spiel, dann sind wir natürlich ja auch wieder am Start. Genau. So, dann sind wir angekommen. Und dann würde ich sagen, läuten wir mal das Folgenende ein. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord selber natürlich beitreten und wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen, weil ich dann auch mal Projekte hier auf dem Kanal zeigen kann, die vielleicht nicht hunderte Views haben, sondern vielleicht nur 1, 200 Views oder so und die Spiele trotzdem halt cool sind. Und ja, man kann auf jeden Fall mit einer Kanalmitgliedschaft dem Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach einem Spiel oder nach Spielen gerade, könnt ihr auch noch mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen und dann auch gleichzeitig den Kanal unterstützen. Genau. Dann vielen Dank für die Unterstützung auf jeden Fall und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.